was haben wir denn hier das ist also von fotoflex ein sogenannter boom stand das beinhaltet einmal das lampenstativ was wir hier haben die light stand da haben wir hier den schwenkarm und natürlich logischerweise den sandsack der jenen dran hängt und das ganze kann man eben einsetzen als reflektorhalter für als schwenkarm oder halt eben auch als sogenanntes geigenstativ ich darf auch mal ablesen das muss ja auch mal erlaubt sein die ganze konstruktion das ganze ganze kit also das stativ ist als ist unheimlich massiv unheimlich schwer also richtig was in der hand da kann man wirklich ein paar kilo draufmachen das stativ ist schon ziemlich ziemlich klasse und alle schraubverbindungen fest alles so wie es sein soll ganz wichtiger hinweis hier hat ein kollege mich darum gebeten den produktext geschrieben hat dass man also bevor man hier irgendetwas dran macht und das ganze set aufgebaut hat dass man erstmal alle schrauben die hier dran sind dass man das erstmal alles fest dreht und miteinander verbindet ganz wichtig also im busschlüssel ist auch dabei wenn sie das gemacht haben dann können sie loslegen alles aufbauen alles dran hängen und film bis der arzt kommen ausleuchten und so weiter und so weiter ich werde das mal ein paar aufnahmen zeigen damit sie auch ein bisschen hier von dem ganzen technischen ein bisschen mehr sehen können sich ein bisschen besseres bild machen können wie gesagt das stativ ist unheimlich stabil ich versuche auch gleich noch ein paar aufnahmen vom stativ zu machen das ist sehr schwer und also der ganzen verbindung hier auch mit dem ausleger selber an sich ist es halt eben wirklich eine sehr solide einheit der ausleger kann natürlich auch halt eben händisch bedient werden sprich also sie können auch einen assistenten dann nehmen oder sich selber hat eben auch wenn sie dann irgendwo nicht brauchen um das softbox dann einfach halt eben das ganze in der hand halten und dann einfach mit der hand das ganze dann auch benutzen dafür haben wir dann hinten am endstück ich weiß nicht mehr sehen kann auf dem monitor hier kann man auch sehr gut dann so in die hand nehmen und dann einfach so festhalten auch so ein bisschen grip die man hier hinten hat der haken der hier dran ist den kann man natürlich verstellen also wo dann der sandsack reinkommt das ganze löst dann kann man sich hier auf der stange in dem bereich dann hier auch dann das gewicht dann einfach dann verändern was ja auch immer wichtig ist dass man das kann da wir halt eben auch mit unterschiedlichen sachen arbeiten wenn sie zum beispiel vorne jetzt eine kamera dran haben ist es ein ganz anderes gewicht als wenn sie da einfach so eine softbox dran haben und dementsprechend würden sie dann das gewicht einfach dann hier so austarieren da ist ein bisschen öl hier so die steckverbindungen beziehungsweise die ganze stange die wir hier haben am anderen ende oben wie man das sehen kann jawohl es wird ein spiegott dran logischerweise um halt eben auch das ganze stuhlequippe dann fest machen zu können die stange selber an sich die kann natürlich auch dementsprechend hier noch einmal so im auszug verändert werden ja ich muss jetzt mal auf den monitor gucken damit es ein bisschen im bild bleibt das heißt also einmal hier auch ist die möglichkeit dann gegeben wenn das gewicht hinten nicht ausreicht oder aus irgendwelchen anderen gründen aus platzgründen zum beispiel auch dass ihr dem dementsprechend das ganze dann hier verändern können die stangen die ja dann hier befestigt sind die praktisch dann reingeschoben werden und befestigt werden hinten austariert werden auf dem stativ befestigt werden die kann man natürlich hier halt eben auch noch mal im winkel dann verstellen über diesen großen haupthebel die wir hier haben und wie man sieht auch hier überhaupt kein problem dann einfach alles anders einzustellen und natürlich geht es ja auch wieder fest sehr angenehm wie sie sehen können das ist also eine hand ist auch sehr groß ist also sehr breit nur fast mal einmal rand löst das ganze dann auch bitte immer die stange festhalten besonders dann natürlich auch wenn der equipment vorne dran ist und dann kann man das ganze hier einfach dann so wieder festmachen aber hier ein spiegott auch wiederum um gewisse sachen zu befestigen das ganze an sich selber halt eben auch steht sich auch schraubtechnisch nicht im weg wie man hier sieht über diese verbindung wenn man die schraube dran hat die man befestigen muss oder wie equipment ist dann kann man hier über diesen mechanismus dann einfach auch die ganzen sachen fest drehen so ich mache jetzt noch mal eine nahaufnahme hier einfach von diesem bereich damit sie auch ein bisschen besseres bild bekommen so hier haben also das herzstück wo man die achse verstellen kann auch hier haben wir doch bei den großen hebel ich gerade gesprochen habe die man einfach an natürlich richtig hoch auf der richtigen seite das ganze dann lösen kann auch und das ist alles sehr massiv hält auch viel gewicht aus was genau indem sie bitte den produkttext der sandsack der ist natürlich auch befüllbar also reißverschlüsse an der seite um dann hier zugang zu bekommen zu einem großen fach ich habe da noch etwas ganz schweres reingemacht hier so styroporkugeln die sind ja unheimlich schwer kennt man ja nie das ist natürlich nur füllstoff damit das ganze nicht so schlapp aussieht ein bisschen ausgepolstert ist auch da würde man dann dementsprechend hat eben auch steine rein machen oder irgendwelche gewichte gewichtscheiben würden sich auch anbieten je nachdem was sie da für ein equipment haben wie schwer das ist was sie da brauchen aber natürlich gehen dann auch bohnen also getrocknete bohnen oder halt eben auch sand das wissen sie ja selber am besten was sie da gewicht brauchen um das ganze optimal auszutarieren so das stativ das kann man natürlich auch hier noch weiter ausfahren so beziehungsweise einfahren also das ist also einiges möglich ich es ist so groß alles ich kann das hier alles in meinem kleinen studio hier ist offensichtlich kleinere produkte kann ich das gar nicht ganz ausfahren und unten auf der unterseite auch noch mal ganz kurz ins bild gehalten wenn ich darum gleich an die decke kommen so sieht das ganze von unten aus eine etwas ungewöhnliche präsentation gebe ich zu aber wie gesagt bei manchen produkten da kann man ja nicht extra neue häuser für bauen geht ja auch nicht ist eine sehr schwere stabile konstruktion sie merken also schon hier ich muss da echt mit dem gewicht kämpfen aber das ist auch wichtig in gerade in filmproduktion und videoproduktion und dementsprechend auch wenn das equipment dann doch ein gewisses eigengewicht aufweist da muss man auch eine solide basis dann auch haben das ganze stabil halt eben auch halten zu können so das war's also ich hoffe ich konnte das ein bisschen näher bringen auch das also hier fotoflex boom stand lampen stativ light stand boom schwenkarmen und samsack für softbox reflektor halter schwenkarmen oder als geilen stativ verwendbar es ist natürlich absicht weil die kollegen da immer so zu überschriften machen so 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 so